Dann waren wir hier noch nicht? Doch, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen Jungs! Und Mädels! Willkommen zur SCP Version 0.9 Kaffee mal ein bisschen zur Seite. Ja, möchtest du schon mal auf den GenJox ein bisschen eingehen? Ja, das kann ich machen. Wenn ich hier schon mal meinen Namen eingebe, nicht so wie du es machst. Unter anderem, ich erkläre jetzt kurz, wieso ich das Intro drin lasse, weil es im GenJox irgendwie steht. Lass es drin lassen, solltest du. Ich will, dass irgendwas Neues sein soll, aber lass es nochmal vor. Wir haben als allererstes mal zwei neue SCPs. 035 und 148. Ja, 035 sieht man ja auch auf der SCP Seite seit ein paar Wochen. Das ist diese Maske da. Ja, so eine Theatermaske. Und 148 sagt mir jetzt mal gar nichts. Scheiße, hätten wir vorher gucken können. Nein, das ist ja langweilig. Lass uns überraschen. Dann haben sie die, er oder sie haben SCP-173 KI verbessert. Es wurde aber auch Zeit. Er soll jetzt nicht mehr einfach von der Decke fallen? Gott sei Dank. Was ich merkwürdig finde, der spawnt in jedem Raum nur einmal. Also wenn man in den Raum drin war, wo der spawnt und dann in den Raum weitergeht, wo er dann wieder auftaucht, dann taucht er nicht mehr oder nie wieder in dem Raum vorher auf. Aber ob die das damit meinen? Ich glaube eher, dass es einfach nicht von der Decke fallen soll. Ah, warte mal. Ich hab was verkackt. Was denn? Glaube ich. Weil wir nur 24. Fpiss. Fpiss. Da müssen wir von vorne anfangen. Ganz von vorne? Unterbrechen wir nur kurz. Wir schneiden das dann zusammen. Palim, palim. Glaube ich, oder? Saft trafisch. Wieso sind es dann 24 hier? Das ist hier in der neuen Version. Ist doch behindert? Ne, ist es nicht. Es sind bloß so wenig. Die Kaffeekarte packt es nicht. Musst mich über takten. Also ich weiß nicht, warum die Framerate so niedrig ist, aber ist egal, es geht auch noch weiter. Hier, die Flit. Ist schon irgendwas neues aufgetaucht? Wahrscheinlich nicht. Der hat so nervöse Zuckungen. Seht ihr das? Der in seinen Finger rutscht gleich aus. Ja. Ja, und es soll viele neue Ambient-Sounds geben, ne? Ja, wollte ich gerade vorlesen. Auch viele Bug-Fixes. Bug-Fix von Maggi. Das wurde auch mal langsam Zeit hier. Und es gibt jetzt ein Grund... Oh, ist es gehört? Dr. L. Bitte reporte zu heavy Containment. Dr. L. Ja, sicher, bruh. Was ich gerade sagen wollte. Ja bitte. Es gibt jetzt einen Grund in den Raum von 008 reinzugehen. Schöter. Oh ja. Ja, die sind random. Egal. Oh. Du hast gerne ins Spiel. Oh. WACK! Ich habe schon gleich wieder! Ein freckliches Sound. Ich fasse es an. Ich geh mal wieder raus, ne? Ja. Ich geh mal weg. Sicher ist es, ne? Press F5 to save. Ja, mach mal. Wirklich? Ja, steh doch da, du solltest machen. So, jetzt erreichen wir kein Gate B mehr. Ah, im Gen-Shock stand auch, Gate A ist jetzt schwieriger zu erreichen. Etwas schwieriger. Wir hätten mal lieber Gate A etwas einfacher machen sollen. Wieso Gate B einfacher machen sollen? Ja, aber dann ist ja keine Herausforderung mehr. Wenn wir es schaffen, das schwere Gate B zu erreichen, dann sind wir gut. Hörst du? Ja, ich hör das. Er macht gar nichts, schau mal. Er schmeißt was weg in den Müller einmal. Sollen wir mal reingehen? Klar. Ich glaub, das haben die absichtlich gemacht, dass wir hier nicht mehr die Tür aufmachen. Ja Junge, bleib doch bitte draußen. Wow. Jetzt steht doch gar nichts. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hast du dir das Event getriggert. Ja guck, jetzt, jetzt. Jetzt ist es kaputt gemacht. Juh! Ja. Der macht auf, Junge. Der macht auf und kick dir so einen Hüttel. Komm. Ja, das sieht schön krass hier nach. Eeeh! Alter, was war das denn? Was war das denn? fake seems like das war ne Finte der ist kurz was rausgekommen sah aus wie ne Leiche irgendwie und Augen waren oben die neuen Sounds sind grausam ich glaube seit der letzten Episode ein bisschen Respekt vor solchen Räumen ok nichts passiert es hat gegrindet das darf an aber nur er darf erlauben so ich weiß nicht soll ich den raus wow what the fuck was da los ich weiß nicht also weil du reingeguckt hast hast du wahrscheinlich Herzrasen bekommen oder echt jetzt meine ich meine das gibt irgendwie Sinn oder ja Alter wenn du da auf guckst gibt es keine wieso das denn das gibt doch keinen Sinn das ist doch dieses SAP ja aber welche Nummer hat es das ist 148er nee das ist nicht dieses SAP ist es nicht das 079 was so nee das ist der Computer der macht so was SAP 895 der Sarg es gibt doch irgendein SAP was so immer auf Kameras auftaucht aber der Sarg der hat die Eigenschaft es ist nicht das wo bei der Glocke auftaucht nee das Phantom aber bei dem Sarg er hat es doch die Eigenschaften dass die Leute die das auf dem auf der Bewachungskamera sehen dass es da irgendwie Paranoia oder sowas auslöst ja auf jeden Fall mal durch jetzt wow Alter Alter ok ich lass es Gott Junge ja das ist jetzt Alter Junge ich lass es das ist jetzt auch schwieriger weil du musst ja gucken wo er steht weil es bringt eigentlich eh nichts ja wieso denn eigentlich haha oh man soll ich ihn rausfacken ja mach mal so das ist noch dieses Fels ja vor allem wenn ich so ein bisschen auf die Kanne gucke dann gucke ich ja von alleine da drauf echt? ja krank so warte so der kann da von alleine der wird angezogen da brauchte man den Ring ah wo geht raus ja wo ist er jetzt? NEIN WTF F*** 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 So sollen wir das eigentlich immer machen das ist viel sicherer das ist zwar ein bisschen eisy da passiert nichts das ist halt nicht erleben wahrscheinlich wäre ja auch langweilig ähh Gott Gott Alter die mal da lang ist die mal da lang Pichipichipopo wow da da was war da? ach das ist das Event ja Aufzug Event was? das war der Computer oh oh da war das Blut oder nicht? ist ja langweilig haha we got the key card hä das war jetzt PEEP wenn du ne Karte reinschiebst er sollte jetzt nicht mehr jumpen macht er nicht guck er steht still das heißt nicht mehr jumpen der soll nicht mehr aus der Decke kommen aber der kann ja trotzdem noch ja aber das Jumpen war glaube ich dass er flogen runtergefallen ist es piept immer ja ist das der? der ist Notenblatt? ja da müssen wir rein kann man mit Level 2 2 kommt nö oh man hat auch nen Ton echte nö negative ja als 2 ist nochmal dieser Raum aber ohne Event und wir brauchen 914 wer ist der? du hast schon gewusst gell ja da ist der Dunkel echt war das allgemein dunkler als sonst ja kommt mir auch schon so vor Level 1 Maske die Items sollen sich jetzt nicht mehr überschneiden guck ahja ok ja das ist ja ja das ist ja toll das ist ja toll übertrieben die Karte landet dann außer Handblock ja wie kann man jetzt nur noch ne begrenzte Anzahl an Items da reinschmeißen du musst jetzt wahrscheinlich zielen selber jetzt ist er weg jetzt liegt sie da hinten oder was? ist der blöd? ahja gut dann äh dann tun wir nur 2 Items da ist er jetzt drin? kann es auch übertreiben gell? so mein Gott willst du saven? willst du saven? bist du zufrieden? ja die Zahnräder sind immer noch nicht animiert das wäre ein riesiger Aufwand wahrscheinlich oh oh den da den da den da kriegt man noch eins? ja aber den bohr ich nicht mehr wie die Strange Bottle ist da aber so ein Medici ist ja nicht unvoller oder? ein bisschen wie die Strange Bottle vielleicht? vollständig aber nur vielleicht vielleicht verweckst du eh lehmlich dran ja vielleicht da da toll super ähm ja ok wir sind ein bisschen und wir gehen jetzt nach rechts what the fuck ja 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 ok 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 was ist das? nicht rein ach so das ist das ach guck gleich draus also ich guck normalerweise hat man das von hier aus immer gesehen ja stimmt ja die ist zweite Person hat ja neue Effekte ne das stimmt im Change Stock oder? ich kann ja nochmal einen kurzen Blick reinwerfen nein ich hab nix drin ich weiß nicht ich hab nix drin scheint safe zu sein hm ok geh mal zurück hast du alle Sacklassen angeschaut? ja 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 122 und ein roter Raum wo ist die Gasmaske? hast du vielleicht liegen lassen? die war vielleicht außerhalb gelegen die liegt bestimmt noch da drin ja die ist außerhalb so außerhalb außerhalb aus Rage oder was oder was so haben wir jetzt die gute Gasmaske ne ok das steht jetzt nicht mehr es ist easier to breathe das steht jetzt nicht mehr es ist easier to breathe hm ich glaub die Stamina die äh regeneriert sich trotzdem ein bisschen schneller ja so jetzt können wir da reingehen ja ja das ist jetzt heute aber echt Ausnahme ja weil wir aber einmal gespeichert dann kannst du auch gleich immer speichern ne na jetzt nur weil wir nein nein ich mein in dem Durchgang jetzt wenn sie auf der Spiegel ja in dem Durchgang wir wollen ja auch was bieten was soll jetzt wo wo WAAAAT ist das der Purpose hier rein zu gehen so ein Pisser naja man was geht ab ja willst du den auslocken oder ja wär jetzt meine Intention jetzt hängt er ja was oh Gott verdammte Scheiße ist er jetzt weg hoffentlich wir sind zu weit weg dass er uns checkt da Wurst jetzt aber komm hat er gefurzt Junge? der hat gedingswumst er hat geschnurrt oder so ja ja sie haben gehört dass er wohl geschissen hat aber der macht da auf der kommt runter und ja das Geräusch ist noch viel ekliger ist er jetzt weg? oder hat er jetzt die Tür aufgebrochen? ich habe Angst ja ist das jetzt der Grund wieso man da rein gehen soll nur damit man erschrickt du wer dich mit dem werfen ist ja der schabt doch ordentlich der macht gleich auf alles wird immer schneller so schnell geht es jetzt mal nicht oder? ja man kann trotzdem noch weg ist da hinten was? ja 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 ich glaube das macht er nur einmal wo soll man durchkommen jetzt? der steht da vorne ok da kommt er wieder runter oh ja so wo steht er? keine ahnung man geht doch jetzt wieso steht er irgendwo? ich bin noch nicht behindert ja du sollst ich meine du sollst wieder runter gehen und winzeln du bin sie vielleicht oh ja der Raum ist jetzt auf jeden fall schlimmer ich weiß nicht ich weiß nicht wie wir am schossen flüchtig flüchtig tja rechts wäre da gewesen laut 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 wir wollen ja mal sehen so viel neues meinst du der ist immer noch rechts ja ich glaube in die Richtung muss ich oder? ja zurück genau nee ich dachte wir uns dann in die Richtung muss ich zurück oder? natürlich ja nö ja ursprünglich nee ursprünglich gab es noch ja ähm scheiße stimmt jetzt kannst du halt noch lange nimm den Aufzug dann sind wir tot kein Mauspack kein Mauspack ja der kann doch gar nicht ich glaube wir haben die auch da oben ja glauben glauben und wissen sind zwei verschiedene Paar Schuhe da sagst du was da sagst du was ha ok ja man hätte noch die Musik von dem so wo müssen wir lang Wegmann platzt einem das Trommelfell soll ich da lang gehen? ich weiß nicht wo kommt man her ursprünglich da ist ja noch nicht hingegangen ok wo weißt du das? aber dass ich den Raum gemieden habe vorhin shit 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 ok halt so hey warte wir hatten den Schalter jetzt vorne sind ne? gut auch ne gute Neuerung da jetzt für den Moment war es nicht so gut und ich erwartet hab dass du mal was zu sagen ja weil du erwartet hast aber allgemein das ist schon besser ja da waren wir mal schon oder ist das schon der dritte? nein da sind es drei da waren wir definitiv drei solche aufzüge ja prima cool wir können da durch hey der der Automat ist jetzt in einer anderen Zone ja und der Endfernzone ne? ja der war immer schon da hm und die Türen hören sich anders an hm ah ok gut dann müssen wir in dem Bereich auch den anderen Raum ne warte der ist in in der Entrance Zone ist der der sagt wie heißt der direkt Tückel ja genau oder ist der ja da war doch im Sinn ja das haben wir letztes Mal schon rausgefunden da wo ähm what the fuck geht er weg puh ich glaube das haben wir ausbrechen ah der ist von laut oh bitte nicht hat sich wieder gedreht hat sich wieder gedreht die Ente rot ist das jetzt der Ding? mhm das sind keine Fenster ne? das ist ein anderer? steht nix an der Hand ah doch ok warte mal rausklappen warte mal mit den rausklappen ne weiter schicken wir uns vorher zieger ja ja schicken wir nix ne? alles so gut? ja ich muss so leise jetzt die Tür willst du mal speichern? was ist das? hm ok, Maintenance richtig verkackten Elektrik und dann müssen wir den anderen wiederfinden in dem Computer scheiße Maintenance hm was war das? oh was war das? Bastard aus dem Boden dass man so viel sieht hier sind wir schlau gemacht mit der oh nein nicht da rein jetzt kommt der von sonst wo an dieser Stelle wenn du jetzt wieder aus einer komischen Richtung hörst renn einfach weg davon wenn wir wieder von hinten hören jetzt mal vorwärts rennen ich glaube jetzt kommen wir von vorwärts ja ich glaube jetzt kommen wir von vorwärts sieht ja anders aus haben wir uns dann gechanged was machst du denn jetzt? Bild ist geklicke ey das ist verkackt da kann man so nie weg von dem ok du sagst du sagst wut? 2? ne ja das wär's jetzt was macht der jetzt? der kommt da von einer anderen Seite behalten wir die Augen im Auge ha ha oh ist gerade auf den Zug gelaufen hä wieso man denn von dem wegrennen wenn der von hinten ankommt Junge oder geht das nur im Maintenance Tunnel dass der da wie kann man den jetzt überhaupt noch entkommen? ich hab keinen Plan man weiter weg weiter weiter weg ich möchte einfach so ein bisschen im Blick behalten leiser gespawnt ja vielleicht vielleicht ist der größer geworden? ne bitte nicht von vorne bitte nicht von vorne langsam langsam ja scheiße du musst permanent wegrennen ich glaub der ist weil diagonal ist ja die Entfernung am größten oder? bitte nicht von vorne soll ich aufzug fahren? nein Mann der kackt uns ein im aufzug komm ich mach zu Hause beschwör es nicht oder? hör hör.... hörst du es? lauf weg da ist er doch achso ist der Mauch in der Ecke auf dem aufzug müssen wir eigentlich fahren du merkst du es bringt nichts mehr jetzt soll ich wirklich permanent laufen ja würde ich schon machen so wird es ja nichts mehr lassen wir jetzt noch einmal kommen nicht falsch verstehen ich weiß schon wie du bist jetzt wieder aufgekommen die du ihn fast hast Scheiße dieser kleine hässliche Basten der packt ihn nicht, sag's dir ich bin nicht mehr rein Kann jetzt von überall kommen, das weißt du schon Auf alle immer weiter Schreien die ordentlich ist ab, Alter Ist ja weg Weiß Hast du? Dieses Blatt, dieses Volumen Bauen wir die drauf? Nö Third Note aufgeben Besser, wir haben sie An Achievement Der Klassiker War da die Sackgasse jetzt? Oder hab ich's kalt gesehen? Nehmen wir mal die Sackgasse Ne, da war's hier nicht, da muss man was rücken Gehen wir mal kurz zurück und schauen, ob da was in dem einen Raum ist Container Let's do it Keine Grind Geräusche Vorhin, das wo er an der Tür geschaubt hat, das war richtig so Das war schlimm So tonmäßig irgendwie richtig So, also Elektromagnet Off Sound on Femur Breaker Femur Breaker Und wenn er kommt, den Weck zum Magnet Horn Genau Ich bin bereit jetzt hoffentlich hat es noch gereicht man das war eine scheiße maus ja das war doch du hast es nicht gesehen auf dem bild deswegen war das was ja da war doch dieses acp wieder auf dem bildschirm echt ja ich habe nur mausbuck gemerkt ich glaube wir haben ihn noch ja guck mal ich kann nicht auf den monitor gucken geht nicht sehr geil ja gehen wir da raus wir haben einen container scheinbar was denn der schock war gut irgendwie ja da war es das face auf der kamera wieder auf dem das habe ich gar nicht gesehen ich sag mal was die maus gemacht weil sich die maus bewegt hat entweder mal ein mausbuck oder das lag daran dass da dieses fiech kam jetzt lass sie schnell wieder raus gehen ich mag das hier nicht scheiß geräusch das macht mausbuck wir machen mal eine mausbuck compilation und laden die auf dem forum hoch ich speichern mal eine mausbuck ich speichern aber wir haben jetzt den content das heißt wir sind fast sicher da waren wir nicht da waren wir noch nicht scheiße der manchmal kommt da erst wenn du reingehst glaube ich da steht der immer nur da wenn man von der anderen seite kommt da würde ich mich nicht drauf verlassen da haben wir ihn voran abgehängt oder? das war knapp echt haben wir da? da kommen wir doch nicht her da kommen wir doch nicht her ne kommen wir auch nicht da waren wir noch nicht da müssen wir auslocken aber wie das sind nur so gänge das war der hammer in version 09 und durchgespielt im ersten fluss du spielst schon eine halbe stunde diese grösche gefallen mir nicht damit ihr es wisst oh oh aber meinst du die stehen jetzt schon einfach so? nö du hoffst ich sag mal nein diese flottergeräusche man jai irgendwas fliegt dir gleich ins ohr und frisst dein gehirn Nach der so ist du keine Krabbeltiere 13 was in dem spiel fehlt sind spinnen oder? ja im spiel ist es weniger schlimm er auf einer seite ist er noch Kann der Joe eröffnen? Ich dachte dieses... Es kam jetzt von diesem... Leintate Fox Meinst du? Dachte ich, ja Ich dachte, das SCP macht das Wir haben den doch schon mal in einem Gang gehabt Ja, aber neintate fox... glaube ich auch Die machen wahrscheinlich B ai Ha, ich hab alles von tun Is hab's nicht versehen Ich bin vorsichtig. Achso wir haben den Container. Cool. Es ist dunkel. Es ist ja gar nichts mehr da unten. Kann man die Config irgendwie entlanden? Geil! Soll wir? Nee, lass doch. Du findest das doch so geil. Ja, vielleicht aktivieren wir doch. Jetzt geht die Tür auf und da ist es. Da müssen wir campen. In der Bus. Klick, 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 müssen wir machen. Ganz schnell. Press to defeat. Oh, ist da was? Vielleicht neu? Alter! What the f- Alle, wir können da rein! Wegen nem Bug. Wir können da rein wegen nem Bug. Da durch. Ah ja. Na gut, das muss man natürlich wissen. Aber da ist auch ne Zahlen-Dings dran. Zahlschluss. Dafür ist... achso. Ja. Was ist das denn? Oh ne. Don't like, don't like. Aber es war nicht blurry. Ich stelle zu. Und Maske. Die Glocke ist hier schon mal so rötig gewesen? Weiß ich nicht. Kann sein. Würde ich mich jetzt aber nicht dafür verbürgen. Alter, safe bitte! Hab nicht. Ah. Na zweimal drücken, da ist's. Bestätigen. Ich hab Angst, Junge. Was geht hier ab? Der ist in dem Glasbehälter, hab ich gelesen. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Was ist das? Da geht's nicht rein. Oh. Also was macht die? Die schickt irgendwie Hirnströme an denjenigen, der die Maske auf hat und die überlagern die Maske verfügt dann quasi über deinen Körper. Ja. Und du wirst davon angezogen. Du musst die aufsetzen sozusagen. Man verspürt das Verlangen die Maske aufzusetzen. Closed. Closed. Gas waves. Waves. Was ist das? Was ist das denn? Oh, da ist einer reingegangen und hat die Maske auf. Oh, die lacht noch. Sie lacht noch. Ja. Die kann ihr Gesicht ändern, hab ich gelesen. Ja, ja, klar. Ist aber aufmachen. Willst du speichern und aufmachen, Mann? Was sagt er? Abendum. Adendum. Äh. Was sagt er? Abendum. Abendum. Äh. Ich hoffe, was warte ich hier genau? Was? Hina? Alright. Admit it. I wouldn't blame you if you don't think I would trust me. Ja, setz mir die Maske ab. Dann machen wir auf. Ist gespeiert. Ja, setz mir die Maske ab. Dann machen wir auf. Ist gespeiert. Gas waves. Wollen wir ihn töten? Let me out.